hallo und herzlich willkommen zu der letzten folge von 5 bei der offenen welt mit kommunikationszentrum da haben wir sechs kräutenden steine und ein rennen als bespricht dann fünf kräutenden steine und den sechsten kräutenden stein kriegt man herr vom rennen und ja dann beginnen wir mal sein fall für das rennen braucht man den ja genau so habe ich es mir vorgestellte ja woher gehen ja dann halt noch mal umdrehen kamera umdrehen so dann so 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 dann bleiben wir gleich da oben wollen uns ein kompi ja dann halt den knochen so dann haben wir einen weiteren kräutenden stein so wechseln wir mal einfach zu einer person dann gehen wir mal da wieder runter ach ja da war mein telephosaurus so dann haben wir dann nächsten kräutenden stein dann müssen wir den nehmen dann brauchen wir den ein velociraptor dann kaufen wir einfach den einmal den wollen wir glaube ich reparieren oder ich schätze mal schon der konnte ist der etika also doch reparieren so passt aber unseren nächsten kräutenden stein dann springen wir da mal wieder hoch mit dem dann schnuppern wir da mal Okay. Dann haben wir da ein Ding. Okay, dann fahren wir mal da runter. Dann wachsen wir zu einem kleinen Charakter. Besten nehmen wir gleich zu dem Murphy. Der kann ja auch einen dunklen Sinn, falls es dann dunkel sein sollte. Aber es schaut nicht der Fall aus. Wir brauchen einen, wo ich schreien kann. So, dann haben wir wieder einen goldenen Stein. Und dann haben wir, glaube ich, alle schon. Ja, haben alles perfekt. Dann bis zur nächsten Folge bei Film 3. Bye.